Nordenland mit Palästinenser-Präsident Abbas zusammengekommen. Zuvor hatte er bereits den israelischen Regierungschef Netanyahu sowie den israelischen Präsidenten Herzog getroffen. Bei den Gesprächen mit Abbas hat sich Macron für eine Initiative für Frieden und Sicherheit ausgesprochen. Macron sagte in Ramallah, dabei gehe es um drei Säulen, den Kampf gegen Terrorgruppen, den Schutz der Bevölkerung und die Wiederaufnahme eines politischen Prozesses. An Abbas gerichtet sagte Macron, nichts rechtfertige jemals terroristische Gewalt und das wisse Abbas. Macron betonte, der Terrorangriff der Hamas auf Israel sei auch eine Katastrophe für die Palästinenser. Abbas forderte eine Waffenruhe und die dauerhafte Öffnung humanitärer Korridore. Und auch er unterstrich, es brauche eine politische statt einer militärischen Lösung.